VDS – Verkehrswege dauerhaft sichern Die VDS Verkehrstechnik GmbH aus dem sächsischen Löbau entwickelt und vertreibt seit über 10 Jahren Verkehrsüberwachungsanlagen. Unser Leistungsangebot reicht dabei von der Planung über die Fertigung bis zur Installation von stationären und portablen Verkehrsüberwachungsanlagen. Dabei garantieren wir mit unseren Niederlassungen in Oberhausen und Waldbrunn bei Würzburg eine gute Kundennähe. Mit unserem modular aufgebauten System bieten wir für jeden Einsatzzweck das passende Messgerät. Das Modell M5 Speed ist ein modulares und stationäres Geschwindigkeitsmessgerät mit Überfahrtssensoren-Zulassung. Das Radarmessgerät M5 Radar ist als Weiterentwicklung mobil und stationär einsetzbar. Zu unseren Dienstleistungen gehören neben der Wartung und Eichung der stationären Messgeräte mit unserem Servicefahrzeug professionelle Schulungen für das Bedienpersonal in unserem Schulungsraum im Stammhaus Löbau oder auch beim Kunden vor Ort. Mit unserer Betrachtungssoftware ist die Datensicherheit der Digitalfotos durch die kamerainterne Signatur der Bilddaten und damit auch die Rechtssicherheit der Ordnungsverfahren gegeben. Mit unseren Produktinnovationen wie dem Design-Außengehäuse für stationäre Anlagen und der Weiterentwicklung der elektronischen Komponenten unserer Messgeräte kommen wir stets den Bedürfnissen unserer Kunden entgegen. VDS Verkehrstechnik – Ihr Partner für die professionelle Verkehrsüberwachung.